Da schaut man auf die App, natürlich auf die Wetterkommen-App und denkt sich im Nordwesten, man, das ist doch einfach nur ungerecht. Ständig diese Wolken, immer wieder Regen, Temperaturen kommen auch nicht so richtig aus dem Tee und der Rest Deutschlands, der freut sich über diesen Oktober-Sommer. Das ist ungerecht, ja, aber wenn wir uns mal den Gesamt-Oktober bisher angucken, dann sehen wir, dass es gar nicht so ungerecht war bisher. So kühl, ja, im Norden und im Osten. Machen wir einen Haken dran, das stimmt, das war bisher ungerecht. Da werden wir jetzt allerdings das Ganze doch auch ausgleichen und dann sind wir im Schnitt deutlich zu warm jetzt nach diesen Tagen. Zu nass, ja, allerdings nicht im Nordwesten, sondern in der Mitte und im Süden. Und zu grau, ja, in der Mitte schon, im Norden und im Nordosten auch nicht wirklich. Das hängt eben damit zusammen, dass gerade in den Übergangsjahreszeiten, also Herbst und Frühling, die Tiefdruckgebiete sehr nah bei uns sind und da kriegt dann eher mal der Nordwesten und der Norden was ab. Denn die Tiefdruckgebiete, die kommen eben vom Atlantik in den meisten Fällen. Und dementsprechend sieht es jetzt auch heute wieder etwas mauer aus in Sachen Sonnenschein im Nordwesten. Ein bis fünf Stunden sind aber trotzdem noch drin. Natürlich nichts im Vergleich zum Osten und zum Süden. Da sind es nicht selten zehn oder sogar elf Stunden. Bleiben wir erst mal im Norden, also hier in der Osthälfte am freundlichsten. Es ziehen dann so ein paar Schauer durch von NRW in Richtung Mecklenburg. Und das wird besonders dann zum Nachmittag hier ein bisschen nasser werden, gerade über Niedersachsen. Das ist so eine Warmfront, die sich hier bildet und die dann die wärmere Luft wieder nach Norden schieben will. In der Südhälfte, da haben wir nicht sehr viel Wolken. Anfangs etwas Nebel, da kann sich hier und da noch länger halten, aber ansonsten sehr viel Sonnenschein. Hier sehen wir den Wind aus Osten, der bringt eben den Nebel aus Österreich zu uns herein. Wir sehen aber auch, dass er hier so ein bisschen auf Nord dreht und dementsprechend sind die Temperaturen im Norden wieder etwas frischer. Im Süden bis zu 27 Grad und hier bleibt es auch am Dienstag noch warm und auch im Norden wird es dann wieder wärmer.